In der Folge Keynote geht es eigentlich darum, ich kann zwar alles vernetzen, weil ich es kann, aber es ist auch sinnvoll. Ein number of smart lights and smart cameras and smart screens and smartphones and whatever else, doubles every 18 months. Smartphones und Gesundheit, das sind zwei Begriffe, die sehr gegensätzlich sind, die sich aber auch hervorragend ergänzen. Ich möchte etwas entwickeln, wo ich sage, bah, das ist Hammer. Das möchte ich und dafür fiel uns Mut manchmal. Das möchte ich und dafür fiel uns Mut manchmal. Ich mache etwas lustig. Sie sind immer so hil disagree. Ich möchte etwas lustig. Vielen Dank.